Eins, zwei, drei. Es ist Bastelzeit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe es euch ja schon angekündigt gehabt in den letzten Videos, immer mal so zwischendurch, dass ich mit euch auch noch was vorhabe. Weil ich habe jetzt nämlich zum Beispiel zwei Boxen, zwei Holzboxen, die ich so nicht mehr verkaufen kann, weil die irgendwelche kleinen Macken haben. Also hier hinten ist eine Detsche drin, hier auch. Und ja, die kann ich jetzt so nicht mehr verkaufen. Hier vorne ist auch so ein bisschen, das hängt halt damit zusammen, dass es halt Weichholz ist. Und Weichholz hat halt leider mal schon mal schneller irgendwelche Macken am Holz. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ihr die verschönern könnt. Weil manch einer sagt sich noch, was soll ich mit so einer schnöden, ollen Holzbox. Und wir verschönern die heute. Und mit welchen Materialien und wie die dann hinterher aussehen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Lasst uns mal schauen, ob wir das überhaupt hinkriegen. Deswegen, wir machen gleich mal weiter. Und dann zeige ich euch mal, was ich alles noch so dafür eingekauft habe. Die Holzboxen seht ihr ja schon. Die gibt es bei mir im Shop als Magnetboxen. Da könnt ihr dann wahlweise euch die Boxen bestellen mit einer Platte oder auch mit zwei Platten. Dann ist einmal im Deckel auch noch eine Platte drin. Das heißt, ihr könnt die Magneten an die Decke heften und dann runterklappen oder halt reinstellen. Gerade cool, wenn man größere Magneten hat, wie jetzt zum Beispiel mal so Geister. Die passen halt perfekt von der Höhe herein, ohne dass da irgendwie der Deckel dann schabt oder so. Das ist halt ganz cool für so 3D-Magnete, die etwas größer sind, dass man die halt auch mal irgendwo schön unterbekommt. Und dafür ist die Holzbox eigentlich super ideal, weil ihr seht auch, der Deckel hat auch eine Aussparung. Das heißt, selbst wenn die Magnete ein bisschen höher sind, wie der Unterteil der Box, das funktioniert dann trotzdem. Also klar, die Platte, die da drin ist, die raubt natürlich ein bisschen von der Höhe. Ist natürlich logisch, aber trotzdem kriegt ihr da eigentlich schon recht hohe Magnete rein. Der Geist, wie hoch ist der? Schaut mal. Der ist ungefähr 3 cm. Also so 3 bis 3,5 cm hohe Magnete passen hier auf jeden Fall super gut rein. Also ich würde schon fast sagen, 3,5 cm ist kein Problem. 4 bis 4 cm könnte sogar passen. Also je nachdem, wenn ihr einen Deckel ohne Platte nehmt, dann passen höhere Magnete rein, weil wir oben halt keine Platte drin haben, was 2 mm ungefähr vom Platz braucht. Sondern da wäre nur unten eine und dann kriegt ihr auch ein bisschen höhere Magnete rein. Aber für die Höhe reicht es auf jeden Fall, wenn ihr mit Doppelplatte die Boxen bestellt. Aber wie gesagt, nicht jeder mag so schnöde Holzboxen und dafür habe ich mir noch ein bisschen was bestellt. Und zwar schaut mal, da habe ich mir solche Spiegelbänder bestellt. Die habe ich bei Amazon gefunden. Die waren auch im Angebot. Ich verlinke euch das auf jeden Fall alles unten drunter. Da gab es nämlich zwei Stück zum Preis von einem und ich habe direkt zwei Stück gekauft. in der Hoffnung, dass man damit basteln kann. Und das werden wir gleich rausfinden. So, die mache ich mal kurz auf. Ich habe keine Lust, da irgendwo umzufummeln. Und die sehen toll aus, finde ich. Man kann die auch cutten. Also man kann die auch hier in den einzelnen Gliedern cutten. Das finde ich ganz gut. So, also die haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann habe ich mir noch bestellt und zwar solche bunten Bänder. Oh, da fehlt mir gerade ein. Ich habe noch so bunte Matten. Die hole ich nochmal eben fix. Und da zeige ich euch mal das Dilemma, wenn man irgendwo im Ausland bestellt. Also, die eine Matte kam so an. Und die andere Matte kam so an. Und ich hatte die noch nicht ausgefuckt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich die einmal gerade und einmal so schräg bestellt. Ich glaube beides, ich weiß nicht, ob es beides mal von Temu war. Auf jeden Fall ist das halt doof, wenn das so geknickt kommt. Weil natürlich dann auch schon mal die Steinchen dann so ein bisschen abgehen können. Oder die Beschichtung. Also das ist halt super suboptimal. Also den werde ich wahrscheinlich nur mal hier so im Streifen verwenden können. Aber müssen wir gucken. Also das ist auch so ein Selbstthema. Aber ist natürlich doof, wenn das so ankommt. So ist natürlich optimal. Aber ihr könnt Glück haben, ihr könnt Pech haben. Weil es halt einfach nur in den grauen Tüten kommt. Und ja, dann könnt ihr Glück haben oder ihr habt Pech. Das ist halt leider das Problem. Hier haben wir einen Klebestreifen dazwischen. Das ist auch nicht so prickelnd. Mal gucken, ob ich das abkriege. Ja, kriege ich abbezogen. Gut, perfekt. Und die sieht natürlich schon viel, viel besser aus zum Benutzen. Und ich habe mir natürlich auch so Bänder bestellt. Die packe ich jetzt auch mal aus. Und da werdet ihr auch gleich sehen, ich habe eine verschiedene bestellt. Damit wir ein bisschen rumexperimentieren können. Weil ich finde, so eine Box kann ruhig bunt vertragen. Die gibt es natürlich auch einfarbig. Und wenn ich es finde, verlinke ich euch das. Also ich versuche mal, das auf Amazon zu finden. Weil ich glaube, dass die Sachen, die ihr von Amazon bekommt, besser in Ordnung sind, als die Sachen, die ihr so bei AliExpress oder auch Temu so kaufen könnt. Weil ich glaube, die sind oftmals schon... Also die Sachen, da passiert halt nichts. Diese Rollen könnt ihr natürlich super, super, super bei AliExpress oder Temu bestellen. Aber diese Platten, schwierig an der Ecke, weil ihr nicht wisst, wie die ankommen. Die kommen halt nicht geschützt an. Ihr habt es gesehen. Es ist nur so eine einfach billige Plastikverpackung drumherum. Und dann steht ihr da und denkt euch so, ja super, sehr gut. Und wie soll ich das jetzt bitte machen, wenn das irgendwie geknüttelt ist? Reklamieren. Es hilft nur, das Reklamieren. Aber es ist halt auch unschön, ne? Wenn ihr das dreimal reklamieren müsst, weil irgendwelche Sachen nicht schön ankommen. So, was habe ich mir noch bestellt? Ich habe mir hier noch einmal so ein grünes Band bestellt. Einfach nur, um zu gucken, wie die aussehen. Sie sehen genauso cool aus wie die jetzt hier. Das sind ja die bunten. Nur halt in grün. Also wer jetzt so einfarbig mag, kann sich auch diese einfarbigen Bänder bestellen. Dann habe ich mir noch bestellt solche größeren Bänder. Solche, kennt ihr das, die so eine Beschichtung haben. Die sind so, ja da sind die Steine mal so, mal so da drauf. Also das große scheint in Ordnung zu sein. Ich habe mir noch ein kleines dazu bestellt. mit Perlen dazwischen. Ich würde heute einfach mal gucken, was ich da so bekomme. Das sind die Dinger. Die finde ich auch echt schön. Das ist echt schön gemacht, ne? Mit diesen Pärchen dazwischen. Und dann habe ich mir noch eins bestellt. Da war ich tatsächlich gar nicht so glücklich. Das ist, keine Ahnung, irgendwie... Seht ihr das? Das ist auch so mit Perlen an der Seite und innen drin so. Und hier fehlen dann immer schon mal zwischendurch welche. Also dieses Ding hier, wenn ihr sowas seht, wo außen Perlen und innen drin dann diese Steinchen. Wenn das so ein schmales Band ist, lasst es. Lasst es. Kauft es euch nicht. Ich bin tatsächlich damit nicht so happy. In Einzelstücken wird man das benutzen können. Aber nicht wirklich so gut brauchbar, sage ich jetzt mal. Deswegen eher für mich so geht so lala. Währenddessen das breite Band richtig cool ist. Das ist richtig cool. Wenn hier mal eins fehlt, das fällt gar nicht so sehr auf. Das ist auch durchsichtig. Das ist auf einem durchsichtigen Band drauf. Was ich auch extrem cool finde. Und das mit den Perlen sieht auch sehr, sehr gut verarbeitet aus. Dafür, dass es aus China... Also direkt... Also es hat nicht viel gekostet. Ich weiß nicht, ob es da auch hochwertigere Sachen davon gibt. Aber das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Also das sieht auch durchgängig brauchbar aus. Und von daher kann man das auf jeden Fall benutzen. Ja, das ist auf jeden Fall benutzbar. Bei den Platten, wie gesagt, da würde ich sagen, schaut euch besser mal bei Amazon um. Ich muss mal kurz meine Rolle weg tun. Die pustet hier gefühlt meine Dings auf. Meine Tütchen. Ich habe die nämlich ja alle auf Seite geschmissen. Da stand auch der Abroller und der hat das mal eben gefuttert. So, also die sind alle selbstkleben. Die haben so eine Selbstklebeschicht unten drunter. Und ich würde jetzt mal sagen, wir fangen mal einfach mit dem hier an. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Man kann es so aufbringen. Und man kann es aber auch so rum aufbringen. Ich bin vielleicht sogar... Ich würde es vielleicht sogar so rum machen. Weil so sieht man halt nicht viele Farben. So hat man nur mehr so ein Stück von. Man könnte es allerdings für zwei Dosen benutzen. Aber guckt mal, es ist nicht breit genug. Seht ihr das? Hier haben wir so ein Stück übrig. Das ist doof. So ein Stück übrig lassen ist halt mega doof. Das heißt eher doch dann so quer. Okay. Wir müssen es dann richtig zuschneiden. Ich würde aber sagen, wir machen erst die Ränder, weil wir dann die Sachen aneinander, an den Rändern zusammenfinden müssen. Das heißt, wir brauchen für die Ränder jetzt irgendwas von diesem schmalen. Passt das? So, guck mal, das ist zum Beispiel zu schmal. Ist das besser? Das ist auch noch nicht optimal, weil wir haben da auch ein bisschen... So ein Mittel zwischen dem und dem wäre noch schick. Haben wir aber nicht. Könnte man zwei von denen übereinander kleben? Wartet mal. Einmal. Zwei. Wartet mal, ich mach das mal zu. Also wir müssen natürlich... So. Passt das? Aber das ist dann wieder zu viel, ne? Ich hab dann wieder eine Reihe. Eine Reihe, die ich dann zu viel habe. Also ich brauch zwei, vier, sechs, sieben Reihen. Sieben Reihen brauch ich. Hier sind zwei, vier, genau sechs Reihen. Hier ist genau eine Reihe zu wenig. Eine Reihe mehr wäre natürlich super. Habe ich aber nicht. Okay, also dann müssen wir vielleicht das hier einmal zurechtschneiden. Wir müssen jetzt aber allerdings mal gucken, wo wir hier anfangen. Weil es sollte natürlich idealerweise gleich sein. Aber ihr seht schon, das ist ein anderes Band. Seht ihr das? Es ist komplett ein anderes Band. Das heißt, was man machen könnte, ist, wenn wir das zurechtschneiden, dass wir das einmal von unten und dann hoch schneiden. Das heißt, wir müssten jetzt einmal die Seiten ausmessen und gucken, wo wir das einmal durchschneiden. Damit das passt. Und zwar da. Wir fangen dann mit dem Grün an. Ja, okay. Und jetzt müssen wir das einmal auseinanderschneiden. Und dann haben wir zumindest einmal die komplette Breite von der Schatulle. Es lässt sich auf jeden Fall gut schneiden. Und das ist jetzt hier kein schnell How-to-do-Video, sondern einfach nur, ich mache das mit euch jetzt zusammen. Einfach, weil es Spaß macht. Also es ist... Ich speichere das mal unter Tipps und Tricks ein. Das ist ein bisschen länger. Aber es ist eher so ein Bastelstunden-Video. So, jetzt können wir hier einmal gucken, wie viel wir brauchen. Erst haben wir gesagt, sieben. So. Dann schneiden wir uns jetzt einfach mal die Streifen hier ab. Idealerweise wäre es jetzt cool gewesen, wenn wir jetzt noch so ein Blatt hätten. Weil wir dann für die Seiten noch was Passendes gehabt hätten. Also wenn ihr euch diese Sheets bestellen wollt, ja. Dann macht es bitte so, dass ihr euch zwei bestellt. Das ist immer besser, weil wir jetzt natürlich einmal hier die Sachen haben. Und jetzt könnte man auf der Seite weiter runter gehen. Ähm, dass man da die Sachen hat. Hier auf der Seite ist es kein Problem. Da könnte man das hier weiter runter machen. Aber auf der Seite haben wir jetzt nichts. Was wir hätten machen können, was natürlich schlauer gewesen wäre, ähm, wenn wir, ähm, das in der Mitte gemacht hätten und dann links und rechts was abgeschnitten hätten. Das wäre cleverer gewesen. Ist jetzt aber leider nicht mehr zu ändern. Ich habe es ja schon abgeschnitten. So, und, ähm, deswegen ist es halt jetzt so. Okay, wir machen das jetzt so. Ich bestelle mir vielleicht nochmal so ein Sheet und dann kann ich die Seiten auf jeden Fall nochmal bekleben. Ähm, wir gucken jetzt erstmal. Wir machen das jetzt erstmal so, weil auch diese kleinen Sachen, die ich... Es ist halt alles, es ist halt ein anderes Band, ne. Wenn du das siehst. Das sind halt alles andere Bänder als das zu dem Sheet. So, wenn du das jetzt hier mal so siehst. Das ist alles, ne, also es gehört alles irgendwo anders hin. Passt also nicht. Deswegen, ja, schwierig. Gut, äh, macht aber nichts. Es ist halt so, wie es ist. Man hätte das doch auch so rumkleben können, ne. Ja, aber ich finde, ähm, das sieht man... Ich weiß nicht, ob das mit den Kanten so geil ist. Okay, passt mal auf. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ähm, ich muss die Aussparungen hier auf jeden Fall noch irgendwie reinmachen. Ich stückel das jetzt einfach mal ein bisschen. Und wir gucken mal. Ich, äh, wir probieren es einfach mal. Ich klebe jetzt den ersten Streifen einfach mal plump auf. Wenn es... Ich meine, ihr könnt im Endeffekt nur daraus lernen. Und, äh, es dann besser machen als ich. Von daher, alles gut. Also, okay. Okay, also der erste Streifen sitzt schon mal. Eins, zwei, drei. Ich muss natürlich die Scharniere aussparen, weil die Scharniere, äh, kannst du ja natürlich nicht überkleben, ne. Aber das geht, das ist doch nicht gut. Also, man sollte natürlich gucken, dass man es vielleicht oben am Rand ansetzt und dann nach unten zieht. Also, guck mal, ich habe jetzt hier oben ein bisschen mehr Rand. Und, also setzt das am besten oben an. Also hier direkt an der Kante ansetzen. Dann macht ihr das dann irrsinn bisschen einfacher. So, das wäre jetzt sehr viel hier unten. Aber da sitzt das Scharnier. Das ist halt ein bisschen doof. Und dann machen wir das andere auch noch drauf. Ja, das Fummeln ist ein bisschen doof. Das Knibbeln von den Dingern, das Abknibbeln, das lose Knibbeln. So, tatsächlich haben wir hier eine Reihe zu viel. Seht ihr das? So, die schneide ich ab. Und die mache ich mir jetzt aber hier wieder drauf. Vielleicht brauchen wir die später nochmal. Also, so sieht das aus. Was man auch machen könnte, ich könnte mal gucken, ob ich mit diesem Steinchen noch um meine Stifte drumherum komme. Komme ich bestimmt. Komme ich bestimmt, aber ich habe halt mehr. Meine Steinchen sind so, meine Steinchen brauchen ein bisschen mehr Platz. Also ich brauche ein bisschen mehr breitere Röllen als die Steinchen. Die sind ein bisschen kleiner. Das sind kleinere Steinchen als unsere da mit Pending Steinchen. So, also das sitzt schon mal. Und jetzt können wir hier mal gucken. Also ich glaube, wir kriegen das nie so schick, dass das hier so passt. Aber wir gucken einfach mal. So eine Reihe abschneiden geht halt immer noch, aber dran kleben ist das schwierig. Und wir schneiden das einfach hier ab. So, einmal kurz abgemessen. Und abschneiden. Also, wie gesagt, hätte ich das jetzt mittig geschnitten und hätte erstmal geguckt wegen den Rändern, dann wäre es natürlich besser gewesen. Aber ich schneide natürlich direkt lauflos. Ach ja, so ist es halt, ne? Also ein bisschen Schwund, kennt ihr ja. Haben wir halt immer. Also hier ist tatsächlich eine Reihe zu viel. Die schneide ich auch direkt mal ab. Die ist definitiv zu viel. Haben wir gut gemeint, aber die lässt sich nicht gut draufkleben. So, und dann machen wir das. Jetzt nehmen wir das und fummeln nochmal. Wir haben mal gespannt, wie das gleich mit den Fliesen funktioniert. So. Aua. Also es klebt auf jeden Fall ordentlich. So, und jetzt muss das hier irgendwie ordentlich drauf. So. Ein bisschen justieren geht halt noch. Aber es geht. Also wir haben jetzt hier natürlich so eine Lücke, da könnten wir theoretisch, wisst ihr, was ihr macht? Ihr müsst euch mal so einen Streifen in Silber holen oder in Gold oder in Schwarz. Ich glaube, wenn man jetzt könnte, könnte man hier nämlich noch eine schwarze, eine schwarze, eine schwarze, einen schwarzen Streifen da rein kleben. Ich glaube, das würde richtig geil aussehen, aber ich habe keinen Schwarz. Ich werde mir glaube ich noch mal einen schwarzen, da werden wir gleich auch noch mal was machen. Da werden wir auch von vorne anfangen. Wie viel, wie viel, wie viel Dinger brauchen wir hier? Wie viel Dinger brauchen wir hier? Wenn wir so einen Silberstreifen oder so einen schwarzen Streifen noch dazwischen setzen, ist es auch geil. Wir können aber einfach auch gucken, dass wir einfach noch mal so einen Streifen. Wir schneiden uns jetzt hier noch mal einen Streifen ab. Wir haben ja noch welche. Den Streifen, meinen Gott, schneiden wir uns so einen Streifen und kleben den dann noch dazwischen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit Schwarz oder Grau oder so auch richtig cool aussieht. Aber habe ich jetzt gerade nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt noch mal so einen Streifen daher. So. Gucken wir mal, dass wir den abziehen. Sieht auf jeden Fall lustig aus, so eine schöne lange Schlange hier. Wir müssen die Kanten auf jeden Fall noch mal ordentlich absäubern, dass wir da auch einen guten schmalen Streifen haben. Wir müssen natürlich mal gucken, dass wir hier von dem Kleber halt nicht so viel links und rechts übrig haben. So, jetzt noch mal kurz fummeln. Also, ihr habt vorher die Kante gesehen. Und jetzt gucken wir noch mal vorher und nachher, wenn ich das dran geklebt habe. Ich ziehe euch gleich mal wieder ins Bild rein. Aber ich muss euch erst mal kurz aus dem Bild nehmen, weil ich muss mit meinem Schädel noch mal kurz drüber gucken. Sonst kriege ich hier den Anfang und das Ende nicht hin. Das ist nämlich ein bisschen Fummelarbeit. Also, theoretisch hättet ihr mit der Matte auch um die Ecke kleben können. Ich glaube, das wäre auch gegangen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen zu lang. Das macht nichts. So, es ist nicht perfekt. Definitiv nicht. Also, man hätte mit der Matte auch um die Ecke kleben können. Also, ihr könntet wahrscheinlich auch um die Ecke kleben. Das wäre wahrscheinlich auch gegangen. Aber das habe ich nicht gemacht. Erstens, das ist ein Ausprobieren. Ich glaube, dass das funktioniert. Ihr müsst dann nur die Länge, wenn ihr guckt, dass ihr, wenn ihr das drüber klebt, ihr könnt das ja kleben, aufmachen. Und dann entsprechend, hier müsst ihr noch mal gucken, dass ihr da irgendwas dran macht, dass das nicht mehr klebt, weil die Seiten kleben natürlich. Oder beziehungsweise, wenn ihr das runter klebt, dass ihr ein bisschen weiter vor der Kante hier aufhört. Ansonsten, ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Genau, ihr könnt das einfach um die Ecke kleben. Das müsste theoretisch damit auch funktionieren. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber ihr könnt es jetzt natürlich besser machen als ich. Und das werde ich nachher mal mit denen hier ausprobieren. Aber mit denen wird es schwierig, weil die sind halt größer. Also, wir haben jetzt hier nicht so eine schöne gebogene Kante bei denen. Sondern, ja, Spiegeleffekt ist auf jeden Fall da. Cool. So, machen wir aber hinten das Stückchen noch. Habe ich das jetzt schon abgeschnitten? Ja, genau. Das müssen wir jetzt noch machen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Aussparungen sind. Und dann nehme ich drei Stück weg. So. Bis zu dem Blau. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Äh, hä? Habe ich denn das hier eingeschnitten? Ach, da oben vorne. So. Wenn ihr ein bisschen mehr einschneidet, ist auch nicht schlimm. Also schaut mal. So. Ja, ich finde das ist okay, ne? Ne, ich muss noch eins weiter, eins weiter vorne, da haben wir. Eins mehr einschneiden. So. Ja, das ist besser. So, und jetzt müssen wir hier nochmal hinten gucken. Und so. Hört wieder abmachen. Also auch da kann man wahrscheinlich drumherum. Also wenn man, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, glaube ich, ist das ganz cool. Aber, ähm, ich bin keine richtige Bastelmaus. Also ich bin froh, wenn ich das irgendwie so halbwegs hinkriege. Aber wenn ihr das selber macht, ähm, ich glaube, wer von euch dann selber bastelt, hat auch nicht den Ansprung, dass es super perfekt ist. Aber es ist halt einfach ein bisschen aufgehübscht da und ist nicht so eine schnöde, olle. Äh, schnöde, olle. Schnöde, olle vor allen Dingen, ne? Es ist ja keine olle Kiste, aber es ist halt nur eine einfache Holzkiste. Und, äh, so ist sie halt noch ein bisschen geschützter, ne? Einfach. So. Und dann kleben wir das jetzt mal hier drauf. Wir fangen vorne an. So. Oh, das klebt aber auch echt. Meine Herrschaften. Also, wirklich, der Kleber von den Steinchen ist echt Bomber. Die eine Reihe müssen wir wieder abschneiden. Die ist halt echt zu viel gewesen. So. Und auch hier könnte man, wenn man jetzt ums Eck geklebt hätte, wäre es halt auch super gewesen. Aber tatsächlich war das leicht ums Eck. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch irgendwas Schwarzes habt, was ihr hier so reinkleben könnt, wäre das super. Kann man das anmalen? Ich probiere mal kurz, ob man das anmalen kann. Wartet mal. Kann man den Kleber anmalen? Ich weiß es nicht. Ich mal mal kurz an der Ecke. Oh ja. Oh ja. Okay, wir malen es einfach an. Wir malen uns einfach die Lücke schwarz an. Ist zwar nicht optimal, aber hey. Ich habe nichts Schwarzes und ich will halt idealerweise nichts durchschimmern sehen von dem Holz. Und warum nicht einfach. Ich mache jetzt einfach ein bisschen den Kleber an. Und dadurch, dass es ein Permanentmarker ist, färbt er auch nicht ab. Also, so sieht das jetzt zum Beispiel mit dem Schwarz aus. Ich finde das gar nicht so schlecht. Können wir das hier auch nochmal machen? Ich mache das nochmal hier auf der anderen Seite auch. So, schaut mal. Also, ich finde es tatsächlich mit dem schwarzen Strich gar nicht so schlecht. Ich persönlich mag es. Aber es ist die Schmackssache. Wer sagt, nee, nee, ich lasse das lieber so original, ist das auch okay? Also, ich empfehle euch es tatsächlich um die Ecke zu kleben. Wenn ihr euch es mit so einem Sheet behelfen wollt. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Hinten würde ich tatsächlich hier nichts mehr drum herum kleben. Ich würde es so lassen. Aber vorne würde ich tatsächlich nochmal was dran kleben. Und zwar für hier unten. Oh, ich habe dreckige Hände. Hier unten würde ich das noch dran kleben. Auf den Seiten kann ich es nicht machen. Und da würde ich es später machen, weil ich, wie gesagt, kein Band mehr habe. Auf der Seite könnte ich es noch machen. Aber, ja. Schwierig. Schwierig an der Ecke. Also, ich würde mir dann auf jeden Fall nochmal so ein Sheet holen. Das würde ich dann hier cutten. Und würde das dann quasi einmal hier drum komplett und dann hier durchschneiden. Irgendwie. So vorsichtig. Damit man das halt in einem Rutsch geklebt hat. Und das würde ich auf der Seite dann auch machen. Und dann würde ich das ja einfach nur nochmal durchschneiden. Ist das halt ein bisschen einfacher. Hier passt das. Doch, passt dann auch. Genau. Weil das nämlich dann hier komplett nur blau ist. Das läuft dann auch blau runter. Es ist halt einfacher. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Also, klar. Ich finde, wenn man anfängt, darf man halt auch mal ein bisschen verkacken. Darf man es halt auch mal ein bisschen anders machen. So. So. Dann schneiden wir das mal aus. Wie viel brauchen wir denn da? Zwei. Vier. Zwei. Vier. Sechs. Auf jeden Fall brauche ich vier rein. Ne, fünf. Und dann gehen wir nochmal durch. Äh. Also, das ist ein bisschen knifflig. Ich brauche fünf rein. Ich schneide mal ein bisschen mehr ein. Das macht auch nichts. Das klebt ja alles miteinander. Und jetzt schneide ich... Weil wir haben ja hier so ein kleines Nipsi. Und ich will jetzt hier... Und dann will ich hier nochmal so eine kleine Ecke rausschneiden. Also, zwei, vier, fünf. Zwei, vier. Zwei, vier. Mein Gott. Zwei, vier, fünf. Drei. So. Die schneide ich jetzt schon mal zurecht. Pass mal auf. Und... Ach, das kommt zu Haus. Jetzt lege ich das mir mal an. Ach, ich habe zu viel rausgeschnitten. Seht ihr das? Ne, habe ich nicht. Und jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen eine Reihe rausschneiden. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Damit wir das auch noch haben. So. Schaut mal. Dann haben wir das so. Ne, dann heißt... Ich meine, die Scharniere, da kommen wir nicht drum rum. Ich habe aber eins zu viel rausgeschnitten. Seht ihr das hier? Da müssen wir gleich nochmal flicken. Da müssen wir gleich nochmal dran kleben. Muss ich nochmal gucken. Dass wir das wieder dran setzen. Auch hier das eine. Das eine setzen wir gleich nochmal dran. Okay. Also, die ganzen Reste habe ich hier. Ich habe einmal zu viel raus... Ne, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe hier zu wenig rausgeschnitten. Wenn ihr das seht. Auf der Seite habe ich zu viel rausgeschnitten. Weil wenn wir hier anlegen, seht ihr das? Dann habe ich hier zu viel rausgeschnitten. Also hier muss ich jeweils noch eine Reihe ranletzen. Und da... Egal. Kriegen wir auch hin. Und jetzt muss ich hier unten nur nochmal die Länge zurechtschneiden. Oh, das ist heckblöd, ne? So. Ich nehme das hier als Länge. Das passt zwar nicht hundertprozentig. Man sieht ein bisschen Holz durch. Aber wenn ich das zu lang mache, weil unten habe ich so eine Biegung, das ist dann auch blöd. So. Ich schneide im Hinten die Reihe jetzt auch direkt nach oben schon weg. Also einmal weggeschnitten. Und die Reihe schneide ich mir jetzt auch schon mal weg. Weil da weiß ich ja, dass ich die eigentlich auch zu viel habe. Und dann klebe ich mir das jetzt auf. So. Einmal nochmal kurz angelegt. Also so muss ich es ankleben. Von hinten angefangen. Also das muss passen, sage ich jetzt mal. Hier muss es passen. Und der Rest kommt gleich dran. Oh, das passt doch nicht ganz. Das war nicht ganz. So. Besser. So. Ups, ich habe es eingerissen. Hey, schön. So. Und jetzt seht ihr das? So, einmal vorne dran. So. Und jetzt müssen wir die zwei Stellen hier nochmal flicken. Ein Steinchen. Das muss da wieder hin. Und zwar genau dieses. Und. Ja. Bei so einem kleinen Stück die Dings abziehen ist kacke. Kacke doof. Geht aber. So. Und jetzt. Wenn wir das Steinchen da noch drauf kleben. Alter. Das muss jetzt da dran. Okay. Passt. Jetzt sieht das gleichmäßig aus. Jetzt müssen wir das hier noch machen. Und wir hatten doch vorhin abgeschnitten. Hier. Und dann schneiden wir jetzt hier jetzt wieder noch eine Linie ab. Und die kleben wir dann da gleich auch einmal wieder rein. Damit das passt. So. Einmal das Ding abgemacht. Und dann kleben wir das da dran. So. Dadurch, dass das halt selbst kleben ist, passt das jetzt. Oh, das sieht doch gut aus. Also ich finde, das sieht richtig schick aus. Ähm. Hat auf jeden Fall was. Ist ein bisschen knifflig mit dem Aufmachen. Aber. Weil das halt genau daran liegt. Wenn ihr das ein bisschen besser aufmachen wollt. Dann schneidet euch noch eine Reihe mehr auf. Damit ihr ein bisschen besser unter diesen Nippel kommt. Ähm. Ansonsten funktioniert das aber. Und. Und seht ihr das? Das, was ich meine. Ups. Das ist ein bisschen. Geht ein bisschen schwer. Weil dieser Kleber aneinander sitzt. Das heißt. Ähm. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Wenn ihr ein bisschen. So Latex-Bindemittel habt. Oder so vom Diamond Painting. Dann macht das so ein bisschen auf die Ränder drauf. Das geht einfach nur darum, dass es nicht mehr klebt. Weil wenn wir jetzt die Sachen zusammen machen. Und immer wieder auseinander machen. Ihr seht, es klebt halt miteinander. Ähm. Wir brauchen halt nur irgendein Mittel, dass das halt nicht mehr klebrig ist. Entweder fasst ihr da oft genug drauf. Ich weiß nicht, wie man das Kleben sonst wegkriegt. Wenn ihr da eine Idee habt, wie man diese Klebrigkeit wegkriegt. Dann. Ähm. Schreibt mir bitte. Dann. Oder setzt das hier als Kommentar drunter. Das wäre super. Dann. Ähm. Wissen die anderen das auch. Also guck mal hier. Tja. Das ist halt Schitte. Aber ich habe keine andere Lösung jetzt. Man. Es geht aber auf. Es geht auf. Und es geht auch wieder zu. Aber ich finde es cool geworden. Also so sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Man kann jetzt hier natürlich auch wieder anmalen, wenn ihr wollt. Aber so sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus. Die Seiten fehlen jetzt noch, ne? Aber ich muss erst mal gucken, wo ich dieses Sheet gekauft habe. Und muss mir jetzt anderes holen. Weil ich, ähm, das Problem habe, dass ich das nicht dingsen kann. Ich meine, ich könnte natürlich auch stückeln und das hier so ansetzen. Ne? Also hier so angesetzt machen. Aber es ist halt, es ist halt ein anderes Blau dazwischen. Und das will ich eigentlich nicht. Ne? Das ist halt echt ein anderes Blau. Wir haben hier so kein Türkis drin in dem. In dem ist kein Türkis drin. Und hier seht ihr das Türkis. Es passt halt leider optisch nicht. Deswegen lasse ich das jetzt auch erst mal so. Ähm. Und wenn ihr das habt, ähm, holt euch bitte zwei Sheets davon. Dann habt ihr ein bisschen mehr Platz an der Ecke. Und die Sheets, die ich jetzt hier noch übrig habe, die Sachen, die hebe ich natürlich auch auf. Die tue ich nicht weg. Sondern die hebe ich auf. Ich könnte die eigentlich auch direkt in die Kiste hier reinpacken. Das müsste sogar passen. Ja. Passt auch. So. Das heißt, ich rolle das jetzt alles ein. Und es kommt jetzt alles in diese Kiste rein. Und wenn ich dann mal wieder was machen will, dann weiß ich, dass ich hier in meiner bunten Kiste, die ich so schön bunt beklebt habe, auch alles Mögliche drin habe. Ne? So. Die kann ich sogar so noch oben drauflegen, weil die Dose halt einfach hoch genug ist. Guck mal, die geht auch noch zu. Wunderbar. Ja, perfekt. Was will man mehr, ne? Rollen wir das jetzt wieder ein. Also das passt jetzt natürlich nicht. Aber ihr seht, ihr könntet, also idealerweise ist es mit so einer Platte am besten. Also wenn ihr diese Streifen nehmt, die könnt ihr natürlich auch nehmen und dicht an dicht setzen. Aber es kann natürlich sein, dass man da so Löcher sieht. Was ihr allerdings auch machen könntet, ist euch einfach so Quadrate rausschneiden und die dann immer wie so im Schachbrettmuster ein bisschen versetzt kleben. Und dann habt ihr noch so einen Regenbogen im Regenbogen. Also ihr habt dann noch sogar versetzte Mosaik-Sachen dann da drin. Das stelle ich mir auch interessant vor, was man machen könnte. Also die sind definitiv zu dünn. Die kann man auch für die Seitenteile nicht benutzen. Ich hätte jetzt gedacht, für die Seiten wären die vielleicht optimal. Aber die sind leider zu dünn. Die anderen sind zu dick. Aber machbar, wenn sie denn jetzt so eine Farbverbrechung hätten. Sonst hätten wir das mit dem dickeren nehmen können. Die hätten wir dann zurechtgeschnitten. Wäre auch gut gewesen. Aber passen ja leider nicht. Von der Farbe her. Also wenn ihr euch Platten und so kauft, schaut, dass das vielleicht die gleichen Farben sind. Das macht es halt ein bisschen einfacher. Weil ansonsten habt ihr das gleiche Dilemma wie ich, dass ihr zwar die Sachen habt, aber sie nicht passen, weil es eine andere Farbscharge ist. Ich glaube, es ist vielleicht auch vom Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, welche Steine die dann auch benutzen. So. Und dann machen wir das letzte da noch rein. So, dann können wir die Spiegel nehmen. Dann können wir gleich die Spiegel ausprobieren. Ich glaube, die sind tatsächlich ein bisschen schwieriger zum Bekleben. Aber probieren wir. Probieren geht über Studieren. Es kann aber nur sein, dass ich bei den Spiegelchen gleich noch ein bisschen pixeln muss. Weil man natürlich da alles gespiegelt sieht. Deswegen muss ich da gleich mal gucken. Wenn ich das schon am Schneiden bin, dass ich das so mache, dass ihr da nicht so viel seht. So. Dann machen wir die Reste, die ich übrig habe, die machen wir da auch rein. So. Kann man ja nochmal gebrauchen. Und dann machen wir jetzt die Kiste zu. So. Und da haben wir jetzt alles drin. Also die Kiste ist schon mal gar nicht schlecht geworden. Also ich finde die schon... schick. Mit dem Aufmachen. Habt's. Das hakt halt, ne? Weil die halt kleben. Aber, ja. Gut. Damit müssen wir leben. So, einmal Müll kurz auf die Seite. Und dann nehmen wir uns die zweite vor. Die lasse ich jetzt hier auch einmal mal liegen auf der Seite. Die Sachen, die ich gleich vorhin ausgepackt hatte. Die packe ich gleich in die Spiegelkiste rein. So. Gut. Jetzt machen wir die Spiegel. Und die muss hier drauf. Die werde ich nicht um die Ecke kleben können. Weil, schaut mal, die sind nicht biegsam genug. Also ich glaube... Oh doch, das geht. Doch, das geht. Das machen wir so. Wie weit muss ich denn hier rum? Drei. Drei Kästchen muss ich rum. Das plus drei. Oh, mit dem Schneiden wird interessant. Okay, mit dem Schneiden ist auf jeden Fall interessant. Aber so komme ich drumherum. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal der Reihe weg. Ich klebe das jetzt einfach drauf. Probieren, probieren. Ich schneide, mache das jetzt einfach. Huch. So, Nummer eins. Das Coole ist, wir haben auf jeden Fall gleich eine Anlagefläche. So, aber ich brauche was anderes zum Schneiden. Wenn mal noch so ein kleines Cuttermesser liegen. Das ist nicht schön, aber... Ich schneide mir jetzt mal die ganzen Dinger zurecht und bin dann gleich wieder da. Okay, haben wir. Und jetzt können wir weiterkleben. Das heißt, abziehen, Folie abziehen, draufkleben. Und hier funktioniert das sogar noch ganz gut. Weil wir noch keine Dings drin haben. Noch kein Schloss. Und zwar lege ich die einfach an die vorhandene Kante an. Und gehe dann einmal runter. So. Ja, ihr seht es dann auch. Hier. Wunderbar. Jetzt kommen wir natürlich zu der Geschichte, wo wir das Schloss haben. Und da komme ich tatsächlich nicht komplett runter. Das heißt, ich kann da nur... Ich komme da nur einen Spiegelschritt runter. Das heißt, ich muss das hier einmal kürzer machen. Ich habe jetzt zwar schon was geschnitten, das könnte ich jetzt kürzen. Aber das lasse ich. Weil eventuell brauche ich das nochmal anders. Und dann können wir das auch einmal draufkleben. Das müsste sogar relativ gut passen. Ach Gott, 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 Gott. Ach Gott, 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 Gott. Und es ist zu lang. Es ist zu lang. Es ist mit einem Fell zu lang. Und das schneide ich jetzt kurz ab. So abgeschnitten ist es. Ich klebe das jetzt hier nämlich wieder drauf. Vielleicht können wir das nachher noch benutzen als für irgendwas anderes. So. Und dann kann ich das hier einmal draufkleben. Kommt einmal drunter. So. Das heißt, das passt. Und jetzt können wir die nächsten Streifen da draufkleben. Das abgeknibble von der Folie, das nervt mich. Das ist das Einzige, was mich immer hart nervt. Und dann wirklich Stoßkante an Stoßkante. Und dann einmal überlappen. Und bei dem letzten passt das. Oh, es geht sich genau auf. Wir haben zwar ein bisschen Überstand, aber das macht tatsächlich nichts. Das ist dann halt so. Aber es geht sich irgendwie genau aus. So, dass wir das komplett drauf haben. Oder auch nicht. Nein. Wartet. Ja, ihr seht, das ist meine Kamera. Da ist die Kamera. Also, ihr seht hier auf jeden Fall, das ist in der Kante. Also wirklich an der Kante Kante. Also, das passt auf jeden Fall schon mal gut. Man sieht jetzt die Streifen runter. Und hier, finde ich, hat man so einen kleinen Versatz drin. Warum auch immer der Versatz da ist. Weil es ist eigentlich von der Rolle weggeschnitten. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist die Seiten bekleben. Und auch unten drunter. Und zwar drehe ich das dazu einmal um. Und mache das mal zu. Weil, ich glaube, wir könnten nämlich hier ums Eck laufen. Aber dafür ist eine Reihe. Also, das passt zu kurz. Wir brauchen eine längere. Und zwar könnte man direkt einmal komplett hier drum herum laufen. Weil, ja. Aber das passt leider nicht. Das ist zu kurz. Seht ihr das? Wir fangen nicht ganz hinten an, wenn wir hier drum herum laufen. Sondern, also, von der Länge her wird es... Ne, von der Länge her funktioniert es auch nicht. Wir haben unten auf jeden Fall einen Verschnitt. Das Problem ist, wir können bei den Fliesen halt nicht wirklich variieren. Und schneiden ist halt auch immer so eine halbe Option. Das heißt, wenn ihr das macht, habt ihr nach unten ein bisschen Luft. Und nach vorne und hinten auch. Aber, so. Also, das funktioniert erstmal schon. Jetzt gucken wir mal, wie viel Länge wir brauchen. Und dann geht das hier nochmal nach hinten bis dahin. So, dann schneide ich das einmal ab. So, und jetzt haben wir einmal meinen Streifen. Und ich schneide mir schon direkt zwei Streifen unten weg. Weil ich euch ja gesagt habe, dass wir nach unten zwei Reihen zu wenig haben. Ja, zwei Reihen sind über. Und noch ein kleiner Fun-Fact. Wenn ihr es wirklich schneiden wollt, holt euch so eine kleine Schere. Diese großen Scheren, damit könnt ihr nicht gut schneiden. Weil ihr einfach nur zu große Schnittfläche habt. Und die sind ein bisschen feiner. Je feiner die Schere, desto besser geht es. Wenn ihr ein richtig gutes Cuttermesser habt, geht es auch. Aber mit so einem Billig-Cutter-Messer, wie ich sie habe, kriegt ihr es nicht durch. Oder wenn ihr eine Schneidematte mit einem richtig scharfen Bastel-Cutter-Messer, also mit einer Klinge habt. Keine Keramiklinge, sondern eine normale. Dann kriegt ihr das auch hin, weil dann könnt ihr zwischen die Fliesen schneiden. Funktioniert auch. So, okay. Dann setzen wir den Kram einfach mal an. Das Problem ist, dass die halt auch schnell mal so Macken kriegen. Aber das juckt mich jetzt persönlich erstmal nicht. So, wir müssen jetzt hier erstmal gucken, dass wir das hier irgendwo angesetzt bekommen. Und dann kleben wir das einfach drumherum. Ich ziehe das jetzt ab und dann fange ich an zu kleben. Und dann schauen wir mal. So. Ich muss oben nur den Anfang finden und dann gehe ich mit euch gleich weiter. So, wir haben jetzt natürlich ein Problem da, wo unser Schloss sitzt. Haben wir natürlich auch irgendwie was, wo wir dann noch eine Lücke brauchen. Das heißt, ich schneide mir das noch einmal kurz auseinander. Und setze das gleich nochmal an, damit wir gucken können. Und ich setze fehlende Fliesen gleich lieber nochmal separat an. Weil das ist halt echt ein bisschen schwierig hier. So. Also die Aussparung wird tatsächlich ein bisschen größer, aber das geht nicht anders. So, und jetzt setze ich das hier weiter an. Und laufe wieder weiter drumherum. So. Ich hätte hier noch weiter drumherum gehen können, aber ich komme hier nicht so ganz drumherum, weil ich hier Platz habe. Ich würde hier tatsächlich auch drauf verzichten, hinten weiter zu kleben. Ich lasse die hinten pur. Es ist halt mit Spiegelfolie halt echt ein bisschen schwierig. Schwieriger, weil wir haben nur so bestimmte Quadrate. Und ja, jetzt müssen wir allerdings hier nochmal, hier oben noch ein bisschen kleben. Und ich habe ja hier noch zwei, aber das reicht nicht. Wobei doch, wir können einfach mal ein bisschen, wir können hier ein bisschen zaubern. Wir machen hier, können wir hier, kriegen wir da noch eine dran. Äh, ja. Ich glaube, wir kriegen da sogar noch eine dran. Das heißt, ich schneide mir die jetzt erstmal kurz in der Länge zurecht. Zwei Stück für beide Seiten. Und dann halbiere ich tatsächlich nochmal eine. Und gucke, ob wir die eine Reihe noch drunter kriegen. Das müsste nämlich eigentlich passen. So, und das werden wir gleich ausprobieren, ob das passt. Und dann hätten wir die Spiegeldings auch beklebt ein bisschen. Es ist ein bisschen einfacher, wenn auch, es sieht ein bisschen anders aus, ne? Ich habe bei den Spiegelflächen halt nur eine bestimmte Größe. Also ich habe, ich habe jetzt, ich kann halt nicht variieren. Ich habe keine Variierungsmöglichkeit, da zu sagen, ja, ich mache jetzt ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Dass es halt besser passt, das geht halt nicht. So. Dann machen wir das einmal. Mal gucken, ob wir die Kleine noch da dran klingen. Ja, das geht. Dann machen wir die noch. Ups. Dann machen wir die noch eben da dran. So, und das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. So, machen wir erst die zwei Stück dran. So, Nummer eins ist drauf. Und dann kommt die zweite noch drauf. Die letzte Reihe. Also das funktioniert tatsächlich echt ganz gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber, ja. Also das sieht doch schon mal richtig cool aus. Ich meine, dass wir so eine Lücke haben, ist ja jetzt nicht schlimm, weil wir die ja auch noch auf und zu machen müssen. Was haltet ihr von der Spiegelfläche ist gewöhnungsbedürftig. Und ich habe hier auch, guck mal, ich habe hier auch Macken drin. Da müsst ihr drauf aufpassen, wenn ihr die klebt, dass ihr vielleicht solche Macken nicht drin lasst. Also entweder sagt ihr, okay, damit kann ich leben oder halt auch nicht. Ich sehe auch hier, also hier war jetzt eine größere Lücke drin. Würde ich jetzt, wenn ich es nochmal mache, auch drauf achten. Das habe ich ja in einem Rutsch durchgeklebt. Aber hier war eine Lücke bei dem Streifen drin. Und zwar seht ihr das hier zum Beispiel. Hier ist auch so eine Lücke drin. Das heißt, wenn ihr die Flächen habt, schneidet die ab und klebt die lieber so aneinander, dass ihr so wie hier jetzt oben keine Lücken habt. Das ist dann halt idealer. Ja, da muss man ein bisschen drauf achten. Muss man wissen. Wusste ich vorher auch nicht. Das heißt, wenn ihr hier solche Streifen habt und ihr habt hier solche schon per se so Lücken drin, wie jetzt hier, dann schneidet das auseinander und setzt das lieber neu an. Hier sind zum Beispiel gebrochene Sachen dabei. Die solltet ihr dann rausschneiden. Beziehungsweise die sind hier gar nicht durchgekattet. Seht ihr das? Das sind hier Doppelte. Die sind nicht richtig durchgeschnitten. Ja, die müsste man halt rauslassen. Habe ich die hier irgendwo mitgeklebt? Nee, Gott sei Dank nicht. Bei mir sind die komplett einmal schick. Gut, Glück gehabt. Also hinten sind nicht geklebt. Es ist nur von der vorne und von der Seite. Ist auf jeden Fall machbar. Ihr braucht auf jeden Fall einen Doppelpack. Also einen Doppelpack braucht ihr, sonst kommt ihr nicht um die Box drum herum. Verlinke ich euch aber auch. Gibt es in Gold und gibt es auch noch in Silber. Und ich habe das jetzt in Rosé genommen. Hier ist natürlich, schaut mal, hier ist es nicht so optimal. Das sitzt hier nicht so dicht an dicht. Man kann es anders machen. Also was ihr machen könntet, ist die auch einzeln kleben. Also ich habe die hier oben um die Ecke geklebt. Und was ihr machen könntet, ist hier, das hier, das hätte besser gesessen, wenn ich diese Lücke nicht habt hätte. Weil hier habe ich so einen kleinen Versatz drin. Ja, könnte ich da noch eine Dings reinmachen. Ja, ich glaube, da mache ich jetzt auch einfach noch mal eins rein mit drei. Ich habe ja noch eins. Schneide ich mir jetzt drei ab. Und die klebe ich da noch rein. Ja, das passt auf jeden Fall. Das sieht zwar nicht cool aus, irgendwie passt das nicht so ganz, weil das ein bisschen verschoben ist. Ja, aber das ist halt immer das Problem, wenn man so um die Ecke klebt. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man genau wie hier oben, hier an der Seite angefangen hätte. Und dann einmal durch und dann runter gegangen wäre. Oder von der anderen Seite. Dass man wirklich einmal da, wo man auch angefangen hat zu kleben, dass ihr davon anfangt und dann einmal seitwärts klebt. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Aber hey, eine Übung macht den Meister. Ich bin nicht perfekt. Wir haben das jetzt einfach getestet. Und mich juckt das jetzt nicht. Also für mich ist das jetzt erstmal so in Ordnung. Ich kann damit tatsächlich leben. Aber es spiegelt ungemein. Es ist echt eine Spiegelbox. Also wenn da die Sonne drauf scheint. Prost Mahlzeit. Geht das noch zu? Ja, perfekt. Wenn da die Sonne drauf scheint, dann habt ihr auf jeden Fall richtig Party. Also richtig Spiegelparty. So, hier schneide ich mir auf jeden Fall. Nein, nee, das schneide ich nicht weg. Das rolle ich jetzt wieder ein. Das rolle ich hier einfach mit drauf. Und packe das jetzt gleich mit in die Kiste rein. So. Das kommt auch mit dazu. Das kommt auch mit dazu. Aua. Ja, was ich jetzt hier gemacht habe, war jetzt nicht so gut. Das Problem ist, dass die hier so ein bisschen über der Kante sitzen. Das ist halt schief angesetzt. Kann ich die, kriege ich die noch ab? Kann ich die korrigieren? Also das mache ich schon mal wieder ab. Ne, kann ich nicht korrigieren. Das Problem ist, dass ich das nicht gerade geklebt habe. Also hier passt das mit der, also ihr müsst gucken. Entweder macht ihr euch die Box auf und klebt das dann drumherum. Hier bin ich leider zu hoch. Hier bin ich drüber. Das ist nicht so cool. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht wehtut. Ähm, ja. Ich mache jetzt nur hier, ich mache jetzt da nur zwei Stücken dran, weil die eine sitzt zu weit oben. Das, ähm, da habe ich keinen Bock drauf, mich dann zu verletzen. Da habe ich keine Lust drauf, mich, äh, mich dann irgendwie zu verletzen. Außerdem ist das, ist der Deckeldings hier schief drauf. Das kommt noch dazu. Es ist schief. Also unten, unten der Verschluss ist leider nicht gerade. Also von daher auch gar nicht so schlimm, dass ich es aussortiert habe. So, jetzt mache ich natürlich den ganzen Klimpeln da noch rein. Obwohl ich dieses Ding hasse hier. Das hasse ich. Wie die Pestangel kriege ich das auch nicht wieder ordentlich aufgerollt. Weil es gibt viel Fett immer wieder auseinander. So, doch, so auf den Tisch geht's. Jetzt brauche ich nur wieder eine Kiste, wo ich das wieder rein mache. Ähm, habe ich hier noch irgendwo, wo ich das wieder reintun kann? Mal gucken, ob ich das da wieder reinkriege. Ja, danke. Das Problem ist, dass der ganze Klimpeln natürlich an den Seiten immer klebt. Und wenn ihr da mit einer Hand drauf seid, habt ihr das Problem, dass ihr das klebt. Alles lebt. Auf der einen Seite gut, dass es klebt. Auf der anderen Seite natürlich so optimal. So, dann packen wir das hier einmal rein. Ah ja, passt perfekt. So, ähm, die große Rolle kriege ich da nicht rein. Die werde ich auch gleich separat irgendwo lagern. Und, ja. Also für mich sind meine Kisten jetzt, die ich fertig gemacht habe mit euch, da lagere ich jetzt mein Zubehör drin. Ähm, dass man damit noch irgendwas machen könnte. Weil ich habe sonst, ähm, so passt das. Dann kann ich das auch direkt erkennen, dass ich da was drin habe. Und, ja. Also, was man machen könnte, ist jetzt mit dem Band tatsächlich nochmal eine Kiste verziehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir das mit dem Band mal versuchen, dann, äh, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare rein, dass wir das mit dem Band mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ansonsten müsste ich mir noch eins bestellen. Aber wir können es auf jeden Fall versuchen. Das passt hier nicht rein, nee. Ähm, sollen wir das mit dem dicken Band nochmal versuchen? Also mit dem Strassband? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Dann suche ich mir nochmal noch eine B-Ware-Box raus. Wenn ich nochmal eine finde. Oder ich nehme eine andere mit einem anderen Verschluss. Ich habe nämlich noch eine zweite Box da. Die hat einen anderen Verschluss. Die hatte ich letztens rausgesucht, weil jemand eine Box bestellt hatte. Und dann habe ich gedacht, so, nee, das ist eine andere Box. Hä, warum habe ich das denn vorher nicht gesehen? Ja, ich habe zwei verschiedene Boxen bekommen. Eine mit dem Verschluss hier und eine mit einem anderen Verschluss. Und, ähm, ja. Dann können wir das mal, äh, können wir das mal probieren. Und dann können wir mal gucken, ob wir das, ähm, dann irgendwie... Oh, Alter, das klebt. Die Ränder sind so klebrig. Das ist Wahnsinn. Aber das Band ist echt schön mit dem, mit dem hier, mit den Perlen. Das, ähm, finde ich richtig, richtig schön. Ja, finde ich richtig cool. Brauche ich jetzt nur noch wieder irgendwo was, wo ich das, ähm, herein tun kann. Wenn ich denn da was finde, heißt das. Passt das hier rein? Ich glaube, ja. Und dann kommt das nämlich auch hier mit in die Kiste, weil das ist klein genug. Und dann kommt das hier mit in die Kiste. Und dann kann ich das nämlich zumachen. Und, äh, dann ist hier nämlich auch alles schick drin. Ach. Okay, also die Sachen, die ich abgemacht habe, die kleben hier auf dem Ding nicht ordentlich drauf. Das ist ja doof. Ich habe die doch von dem, äh, abgezogen, aber die kleben da nicht mehr ordentlich drauf. Das ist jetzt natürlich suboptimal, dass ihr da nicht drauf kleben bleibt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Klebe ich es auf die andere Seite. Klebe ein bisschen besser. Okay, und dann machen wir das wieder rein. So, und jetzt machen wir die Kiste einmal zu. Zack. Und dann, ähm, haben wir ja alles drin. Einmal die Kiste und einmal die Kiste. Und könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, welche euch besser gefällt. Also ich finde das mit der Spiegeloptik auch schon cool. Ist ein bisschen kniffliger zu kleben, obwohl das ist auch nicht so simpel. Ihr braucht auf jeden Fall immer genug Material. Von den Sachen, wenn ihr da mit den Cheats arbeitet, das sind ja diese großen Cheats, bestellt euch auf jeden Fall zwei. Und, ähm, die gleichen. Und dann könnt ihr damit auf jeden Fall super gut arbeiten. Bei der Spiegelfolie braucht ihr zwei Rollen. Mit einer kommt ihr nicht weit. Es sei denn, ihr wollt nur oben drauf bekleben. Dann würde eine reichen. Aber ich denke mal, wenn dann will man auch ein bisschen mehr bekleben, dann braucht ihr auf jeden Fall auch mehr. Und wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal eine Kiste mit dem Band bekleben, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann muss ich mir wahrscheinlich noch ein zweites besorgen, weil ich glaube, mit einem werden wir nicht hinkommen. Aber dann besorge ich mir nochmal ein zweites. Und ich gucke mal, vielleicht gibt es daher auch Sheets von. Also, ähm, so Blätter quasi. Aber ansonsten, das sieht sehr gut aus von der Qualität. Ja, dürft ihr mir gerne mal reinschreiben. Bin ich mal gespannt. Und ich bin gespannt, wie euch das Video gefallen hat. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn es auch ein bisschen knifflig war. Und mit dem Spiegelding ist es natürlich auch immer so. Ihr könnt jetzt ja alles Mögliche sehen. Meine Lichter. Da, meine anderen Lichter. Ähm, ja. Mich, meine Hand. Huhuhuhu. Die Kamera könnt ihr auch sehen. Aber, ja, so ist es halt, wenn es spiegelt, ne. Und, ähm, ich verlinke euch die Sachen unten. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es mir bitte. Dann gucke ich, dass ich euch die Links auch danach zusetze. Und, äh, ja. Das war's für mich. Für mich und für euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Dankeschön, dass ihr mit mir gebastelt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn du magst. Und, äh, ja. Wie heißt es so schön? Huridon, fette Beute? Bleibt gesund. Lass dich nicht ärgern. Habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Bis dann. Tschüss.